So, ein neues Jahr, ein neues Glück. Ja, jetzt gucken wir doch mal, was denn hier so abgeht. Ich habe übrigens einmal mein Audio-Setup hier ein bisschen umgestellt. Für euch ändert das nichts, für mich schon. Weil ich habe jetzt mein Kopfhörer direkt am Mischpult angeschlossen. Und jetzt höre ich auch selber, was ich für eine Scheiße rede. Aber wir werden es direkt nicht mit geladen. Wo? Wo wird hier gesprochen? Egal. Äh, genau. Da habe ich jetzt eben zugemacht. Jetzt musste ich aber, da ich ja bei OBS ja das Problem hatte, bei Skyrim, dass hier, ne, die Audio und so, weil das habe ich dann früher immer über die Game Audio direkt gemacht. Also früher. Das ist zu betrieben früher. Früher, ne? Früher, als die Gummistiefel noch als Holz waren. Ähm. Ja, aber... Jetzt musste ich das halt anderweilig machen mit dem zweiten Kabel. Ich wollte ein Stereo-Kabel, das bei mir aus Mischpult machen, aufs Line-In. Und dann, ja. Das heißt, jetzt, wenn ich für euch mal kurz das Game ausschalte, was ich gerade nicht kann, nicht dumm ich hin, aber ich kann das jetzt so einstellen, dass ihr das doppelt hört. Ne? Und ja, jetzt bin ich halt hier ein bisschen am rumfummeln, aber, naja. Also, am Mischpult. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, was wir überhaupt machen wollen. Uh, ich habe Spielfilter. Uh. Perfekt. Das seht ihr aber gar nicht, ne? Wenn ich jetzt hier sage, Spielfilter, Tiefenschärfe. Hättet ihr das? Nein. Bis ich da mit einer anderen Aufnahme machen. Naja, das kann ich ja dann in der nächsten Aufnahme machen. Mal ein bisschen rumprobieren. Auch mit Reshade wollte ich mal rumprobieren hier. Was soll ich jetzt denn noch vor der Aufnahme machen? Ach, wisst ihr was? Ich mache kurz eine Aufnahmepause und mache das mit Reshade. So, und jetzt auch mit Reshade. Macht das einen großen Unterschied? Macht das einen großen Unterschied? Mach ich hier. So ist ohne. Das mit. So, sieht schlecht aus. Ich könnte mir jetzt hier noch Grafik motzen, weil es möglich ist, Rufpappen. Aber das machen wir vielleicht dann erst in der nächsten Folge. Äh, Folgeaufnahme. Muss man da mal gucken. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen. Äh. Außer mal das übliche. Oh. Äh, das. Nicht? Ah, warte. Ich habe ja gerade was rausgefunden, glaube ich. Ich habe die zwei drücken. Ich denke. Ah. Aha. So. Warte, da kommen wir hier. Äh. Äh. Wo sind unsere Waffen? Haben wir immer noch so. Äh. So. Wir gehen mal wieder nach Hause. Ich möchte eigentlich auch wieder den Überlebensmodus aktivieren. Und dafür müssen wir halt jetzt dann, äh, noch ein bisschen, ne? Ein bisschen, äh, die Gänze. Lasten. Entladen. Hm. So, und dann können wir uns auch gleich wieder eine Waffe nehmen. Warum so viel haben wir keine Waffe gerade? Oh, eine gute Frage. Ich würde schön, dass ich auch nur die Truhe befülle. So, wenn ihr die nicht mitgenommen habt, dass ihr die nicht verkauft, ne? Wie müssen wir das hier noch verkauft, ne? Was? Hier kann ich mal ein paar ablegen. Aha, können nicht entfernen werden. Interessant. Ich habe ne Schaufel dabei. Für was? Mit mir die. Zahle. Hier, roll. Korb, korb. Gold. Willst du mal nicht ablegen. Was heißt? Eisenbahn können wir mal ablegen 16 Dietriche und hier den Barren, Flüssel, wiegen nix. Ja, das müssen wir alles noch verkaufen gehen, wenn wir unsere 5 Milliarden Zaubertrink, ey. Das ist halt das meiste Gewicht, was wir rumtragen, wenn jeder ein halbes Kilo ist, ne? Müssen wir aber entweder verkaufen, oder benutzen, die Rolle des Feuerballs, wird ja auch kein Gewicht. Okay, wir können wir mal ablegen, Alter. Einfach wirklich alle. So, wir nehmen uns nachher einmal wieder die raus, die wir gerne haben wollen. Gehen wir hier in die Trugel. Nehme mal. Ups. Jetzt hab ich nicht... Ja, jetzt hab ich alles genommen, oder? Danke. Nichts. Oh. Was hast du uns gebracht? Nichts. Nichts. Ich bin, jetzt will ich nur auf dem Bereich zaubertrinken. Ja, mein Mann, oder? Genau, das ist das. Ja, nicht. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ach ja... Wie häufig werden wir das heute noch machen? Bekleidung können wir mitnehmen. Gucken wir, dass wir die noch verkaufen können. Essen müssen wir eh mitnehmen. Zutaten. Ich hab noch nie großartig Zutaten gebraucht. Unterwegs. Von daher lassen wir die einfach zuhause. So. Essen. Nehmen wir alles noch mit. Ähm... Zaubertrinken hab ich gar nicht mehr dabei, ne? Sonstiges. Was haben wir denn vorher noch alles abgelegt gehabt? Die Bekleidung, ne? So. Wir gehen jetzt erstmal kurz die Bekleidung verkaufen, die wir noch dabei haben. Na komm. So schlau ist oder nicht, das ist mir wurscht. Jetzt auf die 1 drücke. Hab ich das? Wenn ich auf die 2 drücke. Heilung. Aha. Okay. Okay. Öffnen. Das können sie tun. Nö, heute nicht. Heute mach ich nicht vorsichtig. Die sind immer noch am Techtelmächtel. Hm. Jetzt waren wir doch zuhause und nicht in der Öffentlichkeit. Jawohl. Und nicht in der Öffentlichkeit. So. Das waren wir wieder. Wie spät ist denn eigentlich? 5 PM. Oder können wir jetzt 10 Stunden. So. So. Bist uns ja wieder öffnen rum. Gehen wir mal darin drüber. Plup. Übnen. Ach ja. Alter. So sieht der Shader also bei Tag aus. Interessant. Hm, das nimmst du gar nicht an. Nein. Gut dann. Der will es auch nicht verkaufen. Ja. Was machst du in meinem Haus? Ja, dann legen wir es halt auch ab. Warum ist das die Hälfte hier rot? Hm, hm. Ja, dann halt nicht. Ach ja, gut. Dann laufen wir halt mit allem rum. Das kackt mich jetzt echt. Okay, dann sortieren wir. Wir haben doch hier sicher irgendwo so einen Kleiderschrank, oder? Da können wir die Bekleidung entpacken. Hm, oder auch nicht, ne? Auch da rein tun. Gut. Wo ist denn ein Beistelltisch? Ja, Kommode. Kommode. In die Kommode machen wir die Bekleidung. Ablegen, ablegen. Ablegen, 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 ablegen. Dann Beistelltisch. Äh. Bin ich gerade ein bisschen an was steuern, merke ich gerade. So. Dann, in den Beistelltisch können wir die Waffen packen. Zum Beispiel dich. Und dich. Und dich. Den Rest nehmen wir mit. Auch die Spitzhäcke nehmen wir auch mit. Und dann hier. Bücher. Bücher und Notizen. Du hast so Schriftrollen und so. Und da rein. In die Truhe kommt allerlei. Für sonstiges. Du hast so Schriftrollen und so Schriftrollen und so. Also, jetzt habe ich die getrunken, ne? Schummaschen. Schummaschen, du! Oh? Wovon haben wir jetzt denn noch so viel? Was so schwer sei? Weil... Auf den Zutaten, ne? Äh... Wo packen wir die denn hin, die Zutaten? Können wir uns hier hinsetzen? Da kann man nix rein tun. Äh, die Zutaten... Ja, die Zutaten, die machen wir da hin. Weil die Zutaten, die brauche ich gerade nicht. So... So, haben wir wieder ein bisschen Platz. Können wir hier wieder ein paar Schränke mitnehmen. So, ein paar Schränke? Ein paar Tränke. Die Matitschka nehme ich mit. Matitschka, Heilung. Ich nehme auch mal mit. Aufheilung. Matitschka. Ausdauer. So... So, ein bisschen pifft. Ach komm, wir nehmen die alle mit. Scheiß drauf. Der Kackholz der Lecken kannst du wieder haben hier. So. Schon wieder was aufgesammelt. Dass ich mich einfach frage... Wo muss ich... Wo kann ich... Weißt du? Äh, mich zu herzlich aufrüsten. Um, äh, mehr zu tragen. Und wo ist eigentlich Lydia? Ohne Witz. Ist sie? Lydia? Ja, werden wir Lydia jemals wieder finden? Das ist eine sehr gute Frage. Und das übersteuern, das wird in den nächsten Folgen auch noch so bleiben. Aber nein. Aufheilung. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR